Hallo. Hallo wieder. Heute bin ich wieder nicht allein. Heute ist Justus wieder mit dabei. Ich habe mir nämlich was ganz Tolles ausgedacht. Ich habe mir gedacht, ich mache eine DM-Hall-Challenge mit ihm, obwohl es keine richtige Challenge ist. Ich habe ihm nämlich nur einfach einen Einkaufszettel geschrieben. Hätte ich gewusst, dass es eine Challenge ist, hätte ich auch nicht mitgemacht. Es ist ein normaler Einkaufszettel. Er sollte einfach nur das besorgen, was auf dem Einkaufszettel steht. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz rein. Heute bin ich mal ohne Nancy unterwegs und zwar hat sie mir eine Aufgabe gegeben. Ich soll in der Drogerie Sachen für sie einkaufen. Dann nehme ich euch mal gleich mit und... Ah, die Liste. Nicht vergessen, die Liste, die Liste. Vielleicht kann ich einen ersten Blick drauf werfen. Einkaufszettel. Du schaffst das, mein Schatz. Smiley. Okay, sehr schön. Und los geht's. Hier ist der berühmte Einkaufszettel, den ich geschrieben habe. Und wir fangen an mit dem ersten. Du solltest als erstes ein Duschgel besorgen. Ganz einfach und zwar eins, das gut riecht. Ich weiß zwar nicht, was du dir vorgestellt hast, weil ich jetzt mache, also dass ich jetzt durchs Kaufhaus gehe und da irgendwelche Duschgel durchrieche. Das habe ich gemacht. Jetzt muss ich jetzt mal warten, bis die Leute wechseln. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus, wenn ich da rumglogge. Soll gut riechen. Das soll wahrscheinlich der Hinweis sein, dass ich dann riechen soll. Oh mein Gott. Okay. Also ich würde natürlich erstmal nach einem Männerduschgel suchen. Das heißt, hier würde ich mal das hier nehmen. Irgendwas Sportliches. Das riecht für ein ganz normales Duschgel. Ich weiß nicht, ob es jetzt das unbedingt sein muss. Arctic Fresh. Ja, das passt doch irgendwie. Außerdem Blau. Blau ist eine meiner Lieblingsfarben, würde ich mal sagen. Das ist gut. Es riecht gut. Also für mich riecht es gut. Ich denke, das wird sein. Also er sollte für uns alle Duschgel kaufen. Er hat ein Balea Man Produkt gekauft und zwar Arctic Fresh. Jetzt bin ich gespannt auf das Dufterlebnis. Es riecht aber so nach Chlorseife oder irgendwie. Nach Chlorseife? Also es ist nichts, das ich mitgenommen hätte, wenn ich gesagt hätte, es muss gut riechen. Also ich hätte natürlich lieber was Citrus Blumiges gehabt, aber jetzt müssen wir alle das benutzen. Die nächste Aufgabe. Eine große Haarklammer für mich, denn ich brauche im Moment etwas, einfach die Haare einmal ganz schnell nach hinten zu machen. Und ja, ich dachte, vielleicht könnte Justus mir das besorgen. Nein, liest das nochmal ganz genau vor. Du hast gesagt, ich soll genau... Große Haarklammer. Aber nicht für mich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du eine Haarklammer... Du trägst doch keine Haarklammer. Ja, deshalb wollte ich ja jetzt mal eine haben, zum schnell mal die Haare zusammen machen. Zweitens. Eine große Haarklammer. Jetzt. Für wen? Das ist jetzt die große Frage. Ist das jetzt für Nancy oder ist das für meine Tochter? Aber Nancy kriegt ja keine Haarklammer. Ich denke, es ist für meine Tochter. Also suche ich eine schöne, bunte Haarklammer. Hier ist es nicht. Fußniederschneiden auch nicht. Das wollte ich nicht. Oh, hier sind Krönchen. Guck mal. Das ist ja schön. Zählt das als Haarklammer? Ja. Also man könnte damit ja auch Haare klammern, würde ich mal sagen. Außerdem bin ich dann der volle Gewinner als Vater, wenn ich so ein Krönchen mitbringe. Nancy ist nicht da. Das heißt, sie kann mich nicht kontrollieren. Das heißt, ich nehme es mit. Gut, dann zeig mal bitte, was es geworden ist. Also, du kannst sie natürlich auch aufsetzen. Ja. Aber ich dachte, ja, Haarklammer. Also unsere Tochter hat wirklich genug Haarklammern. Und deshalb dachte ich, also das klammert ja auch die Haare. Ich wollte so eine ganz normale Haare haben. Für mal schnell. So eine schwarze, normale, große. Nee, aber ich bin wirklich davon ausgegangen, dass das jetzt für unsere Tochter ist. Ja, sieht süß aus. Ja, das kannst du doch tragen. Gut, als nächstes auf dem Zettel steht Schnuller mit niedlichem Motiv. Smiley. Gut. Schnuller. Wo finde ich hier Schnuller? Ich denke mal, bei den Babysachen. Die sind hier. Kleiner Augenblick. Toilettenpapier. Ich glaube, ich verlaufe mich hier. Mach mal hier lang. Nee, hier wird es heißer. Hier geht es nach Babybrei. Nee, jetzt ist schon wieder Waschmittel. Hier. Noch ein Regal weiter. Hier Babywäsche. Oh, wusste ich gar nicht, dass es hier Babywäsche gibt. Schräg. So. Babywaschgel. Babycreme. Baby Shampoo. Und jetzt gucken wir bei Baby Schnuller. Guck mal, ganz viele Baby Schnuller. Da gibt es jetzt viele verschiedene Schnuller. Schön, dass es so viele verschiedene Schnuller gibt. Hier 0 bis 6 Monate. Ich glaube, unsere Tochter ist 0 bis 6 Monate alt. Dann nützt sie aber. Blauer Schnuller ist ja Mädchen. Obwohl, das ist ja sexistisch und fast nicht. Also dann nehmen wir blaue Schnuller für meine Tochter. Also ein Schnuller. Eine sehr einfache Aufgabe. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja, und ich bin... Oh nö. Sie hat ganz viele Rosane mit Blümchen. Und hier habe ich welche mit Segelboot und Flugzeug. Und das, ich finde, ein kleines Mädchen kann das auch. Als nächstes. Das, okay, das war schwierig, denke ich, für ihn. Aber ich wollte ihn mal testen. Viertens. Lippenstift mit einer Farbe, die mir gut passt. So, also gehen wir mal weiter und gucken nach einem mir gut passenden Lippenstift. Und ich weiß aber, wo die Schminke ist. Da muss ich immer mit Nancy hin. Das heißt, da finde ich jetzt ganz schnell. Ach, der Scheiße. Also es gibt doch verschiedene Marken. Ich hätte das irgendwie ausgeblendet. Denn immer wenn Nancy nach Schminke sucht, koppel ich mich aus. Und sage, okay, lasst ihr die stumme Zeit. Das ist hier, glaube ich, eher ein Nagelnack. Hier, das ist doch hier. Wie sieht das hier nach Lippenstift aus? Darf ich einmal ganz kurz durchzählen? Ich glaube, es gibt verschiedene Rottöne. Und zwar etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Der hintere ist braun. Also 26 plus braun. Also 27 verschiedene Lippenstifte. Ein Lippenstift, der ihr gut passt. Jetzt müsste ich einmal wissen, gibt es einen Unterschied zwischen diesen komischen vielen Marken oder kann man eigentlich irgendeinen besorgen? Der zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, ich werde mir jetzt mal angucken, welcher Nancy passen würde. Nancy hat schon von sich aus relativ gut pigmentierte Lippen. Das heißt, ich finde, es passt ihr nicht, wenn sie so extreme Farben obendrauf tut. Ich mag es eher, wenn es so ein bisschen, das heißt, nicht nudig ist. Also ein Tickchen über Nudefarben ist. Trischig? Boah, krass. Trischig, guck mal. So tiefrot, ist es schon fast braun. Ist nicht trischig. Das ist, das ist, das ist, das geht gar nicht. Ah, guck mal, das könnte doch hier, das könnte doch hier. Wer ist dafür? Ich höre nichts. Wer ist dagegen? Shearshine. Shearshine. Also mit Glitzer drin. Trink nennt sie sowas? Habe ich noch nicht gesehen. Das könnte passen. Das ist nicht zu intensiv. Das ist so ein bisschen nudigartig. Das ist die Love Me. Ah, okay, gut. Love Me, das passt irgendwie. Gut, dann nehme ich genau den, nehme ich jetzt mit. Bin mal gespannt, ob ihr gefällt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ja, das war ganz einfach. Ich habe mich vor dem Namen inspirieren lassen. Und zwar 13. Love Me. Oh, das ist ein bisschen doch sehr pink. Ach, ich hätte swaschen müssen sollen. Hast du nicht geswasht? Das ist mir ein bisschen zu pink. Doch, das passt doch sogar hier zu meinem Pullover. Als nächstes einfach etwas Leckeres. Das ist ja ein Drogeriemarkt. Da gibt es nicht so viele verschiedene Sachen. Dort eigentlich schon. Ja, aber da gibt es ganz viele Biochips und Bio-Sachen, die ich auch sonst immer sehr gerne essen würde. Jetzt kommt Punkt 5. Etwas Leckeres. Das schaue ich auch. Das war die Öko-Abteilung. Da ist nichts Leckeres. Hier gibt es doch nichts zu essen. Denken sie mal etwas Süßes damit, ne? Hier gibt es ganz viele Nougatschnitten und Vollmilchschokolade. Und Bio-Kokoschips. Die schmecken bestimmt gut. Ich gehe nochmal woanders hin. Und zwar würde ich mal sagen, nehme ich hier so einen... Schweizer Kräuter-Zucker. Schweizer Kräuter-Bonbon. Ja, aber du hättest doch Kekse oder sowas drauf. Ich habe ja... Ach, das wäre auch eine kluge Idee gewesen. Zum Beispiel diese Honigwaffe, die ich so gerne mache. Die kannst du selber behalten. Aus Liebe an meine Ehefrau. Die einfachste Aufgabe... Nein, das ist eigentlich total fies von mir gewesen. Aber er sollte einen Lidschatten in Taube besorgen. Kommen wir zu Punkt 6. Was ist das für ein Buchstabe? Liebste Ehefrau? Liebste Ehefrau, was ist das da für ein Wort? Was ist das für ein Buchstabe? Taube. Taube. Lidschatten in Taube. Ist das eine Farbe? Oder... Dann muss ich wohl fragen. Oder ist das nicht erlaubt? Ich muss fragen. Kleiner Augenblick. Ich versuche, meinen Kontakt zu Verkäufern zu meiden, muss ich ehrlich sagen. Ich schneide dir den Weg ab. Können Sie mir vielleicht einmal weiterhelfen? Na. Und zwar suche ich die Farbe Taube. Wissen Sie, was Taube ist? Glidschatten in Taube. Die Verkäuferin sagt, das ist sehr schwer. Taube ist ein Blauton? Blau-Grauton, ne? Okay. Wie eine Taube. Ah! Okay. Also ich werde ein Blau-Grauton. Ja, genau. Taubenfarben werde ich es finden. Hätts ja auch Blau sagen können, nennst du, nicht? Ich glaube, die hat nur versucht, mich zu ärgern. Okay. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gerne. Taube, ne? Taube, ne? Blau. Also hier, Eyeshadow, das ist Taubenfarben. Guck mal. Wieder die Frage an die Allgemeinheit. Ist das Taube, Blau? Das ist auf jeden Fall, so habe ich eine Taube noch nie gesehen. Aber es gibt ja Tauben, die sind weiß. Näch? Nancy, jetzt guckst du aber, dass ich das weiß. Das hier, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das überhaupt für Augen? Also man könnte sich das bestimmt auch in die Augen schmieren. Ist das taubig? Taubogerartig? Du hast dir Hilfe dazu geholt? Ja, klar. Das war eigentlich verboten. Ja, wieso? Da steht hier nicht drauf, dass hier irgendwas verboten ist. Die Farbe heißt Billie Jeans. Billie Jeans? Das ist jetzt auch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist sehr blau. Eigentlich keine Lidschattenfarbe, die ich tragen würde. Aber ich freue mich darüber, dass du dir Mühe gegeben hast. Boah, das ist fies, ne? Stets bemüht. Aber jetzt siehst du mal, wie das ist. Also wenn ich einen Einkaufszettel schreibe und ganz genau, und natürlich weiß, was ich haben will, jedem das dann gebe und mit was er dann nach Hause kommt. Schreib mir auf jeden Fall, wie das ist bei euch mit den Männern. Ne? Mit den Männern? Wenn ich dich zum Baumarkt schicke, dann weißt du auch nicht, was du kaufen sollst. Ja, vielleicht wird das ja die nächste Channel. Schreib mir auf jeden Fall dein Feedback. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit dir zu drehen. Mir auch ein bisschen. Tschüss.